und da sind wir und los geht's so der Typ hat er einfach so weil er Bock hatte Robine gegeben oder was? Joa weil er sein Versteck ein Geheimnis na weil es ist so als ob die niemanden suchen würde ne? naja ok ok wow fail ne egal ne ne man oh ja sag ich doch wo genau gehst du hin? ins letzte Schloss ich dachte das ist die Pyramide oh na gut die Pyramide ist ja nur der letzte Boss woher weiß man eigentlich wo man hin muss? ich denke mal es wird angezeigt also wenn ich in der Schattenwelt da bin ach so ja oh mein Gott mein Faser nein du bist so schlecht danke ja und gleich wieder ne Fee dein Herz hätte mir auch gereicht ne du gehst gerade zum Schildkröten-Tempel? ja ja irgendwie muss ich an die anderen Welt kommen ne? ach so ach so du wirst auch mit Fehl überhäuft gerade da ist immer eine drin echt jetzt? ja das ist ja wie so'n Baum ey grün h unsere r nini hmm e n Missouri oper Ich hab keinen Bock, das zu. Was ist denn da? Das ist Herzteil. Kein Bock auf Herzteile? Boah, die sind immun. Geh halt an ihnen vorbei. Boah. Immer eine Fee dabei. Ne, 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 ne. Oh. So, jetzt nochmal eben die Karte. Wo, wo muss man hin? Keine Ahnung. So, dann hätten wir das in der Video geklärt. Draco, we are going to break the barrier of Gans Tower with our power. Das hat sich gerein. Wer ist in der Mitte? 100 Punkte, Frage. Ja, hoffentlich war das nicht selber. Nee. Das ist der übelste Tempel, Mann. Der ist wirklich extrem lang. Ich speichere schon mal. Echt jetzt? Wie gesagt, hier kommen alle drei ersten Bosse nochmal dran. Also kann das ein bisschen dauern. Ich weiß auch nicht mehr genau, wo ich hier überhaupt lang muss. Meine Frise. Na, erklären Sie nochmal, wie man die Bomben wirft. Falls man das vergisst. Ja. Da ist ein Hebel. Ah. Bestimmt eine Falle, die mich... Sorry, Goll. Das wird ein Bomben. Und hier fliegen bestimmt wieder die Dinger rum, ja? Du musst ein Hase... Und du kannst dich nicht in die Ecken stellen. Das ist ja clever. Voll gut, ey. Und na, Hand, ey. Damit du bloß nicht kämpfen kannst. What the fuck, ey, ey. Oh, ist das gemein, ey. Ja, wirklich. Und dann fliegt das Ding da noch rum, ey. Oh, Mist. Meist ist das aber auch gerade souverän, ey. Ja, das Schild blockt auch irgendwie 360 Grad. Ja, ne? Also, das ist ein bisschen unruhig, das ist zu schwierig. Solltest du dich darüber freuen, ey. Die Hand. Ich hab die getötet. Ja, von wegen getötet. Nein, 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 nein. Und weiter geht's. Und da ist wieder das berühmte Totenkriff. Wie immer. Noch eine Hand. Ja, wahrscheinlich verfolgt die mich hier längere Zeit in diesem Schloss. So. Das ist alles okay. Ich schätze mal, das ist alles anziehen. Ja, komm mal nicht durch. Den würde ich einsperren mit dem Block. Das geht doch, oder? Roter Block. Du hast die Hand angezündet, ey. Die muss du direkt werfen. Knappe Sache, ey. Hä? Noch eine? Das ist zu Hause. Das geht echt. Alter, das geht's ja nicht. Mit dem letzten Pixel. Ja, das ist Pixelworking gewesen, wirklich. Das war ein Test. Das solltest du nicht so machen. Scheiße. Das war jetzt für den roten, äh. Nicht schlecht. Ja, jetzt noch Gelb, ey. Äh? Ja, frag mich nicht, was das jetzt soll. In der richtigen Reihenfolge geöffnet. Das war so klar, ey. Ja, mhm. Das war so klar. Fand ich echt. Endehaken oder so? Ja, dann komm ich ja nicht mehr zurück, ne? Achso. Ha, stimmt. Deswegen hab ich's mal so gelassen. Jetzt unten. Ich frag mich auch mal wieder, wie ich das schaffe. Ja. Diese Dinger reinzuknallen, ey. Kannst du das Feuer jetzt blocken mit deinem Riesenschild? Ja. Das ist jetzt kein Problem. Das hast du nicht wirklich geglaubt, oder? Nein, hab ich noch nicht. Ich wusste nun gerade nicht, was ich machen sollte. Zurücklaufen. Oh. Äh? Ich hab's gehört. Ja. Ja, nicht hier oben machen, wahrscheinlich. Und du chargst einfach durch. Ja, siehst du? Oh, Mann. Speicher mal ab. Warum? Warum nicht? Hab ich's dir gegeben, ey. Mach doch jetzt schon an. Nein. Ja. Ja. Das ist ja. Am lieb.